Die Hufas Infovideo Wie funktioniert eine Standuhr? Die große Standuhr im Wohnzimmer muss aufgezogen werden. Toll, das wollte ich schon immer mal machen. Erklärst du mir dann auch, wie das funktioniert? Ja, gern. Komm mit. Bei einer Uhr müssen sich die Zeiger ja drehen. Daher muss die Welle, wo die Zeiger drauf sitzen, angetrieben werden. Aha. Für den Antrieb gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie zum Beispiel bei unserer Standuhr hier, die Gewichte. Also die Gewichte, die neben dem Pendel hängen. Dort drinnen ist ein Zahnrad. Da hängt eine Kette dran. Und an der Kette die Gewichte. Diese kann man hochkurbeln. Das Hochkurbeln ist das, was passiert, wenn wir die Uhr aufziehen. Die Gewichte hängen nun also ganz oben. Die Schwerkraft zieht die Gewichte nun wieder runter. Verstehe. Wenn die Gewichte runtergehen, wird damit das Zahnrad gedreht. Genau, Laura. Somit ist das der Antrieb für die Zeiger. Es ist auch genau eingestellt, dass sich die Zeiger in der richtigen Geschwindigkeit bewegen. Dass die Uhr richtig geht. Das ist ja interessant. Übrigens ist das bei großen Turmohren genau dasselbe Prinzip. So, Laura. Nun zieh du doch mal die Uhr auf. Ich halte das Gewicht und du ziehst die Kette wieder hoch. Das machen wir mit beiden Gewichten. Und dann kann die Schwerkraft wieder die Uhr anschreiben. Wie oft muss man das denn machen? Bei meiner Uhr muss ich das einmal pro Woche machen. Gut, dann hätten wir das ja für diese Woche gemacht. Wie oft muss man das machen. Vielen Dank.